Oh, willkommen zurück. Äh, Summi schafft er doch diesen. Ich hab's geschafft. Ich hab mir nicht gecheatet sogar. Wirklich nicht. Ich hab mir erst eine Faust ins Gesicht gehauen und gesagt, du machst das jetzt fertig und ich hab's geschafft. Oh yeah. Das heißt, diese Kackmaschine müsste jetzt eigentlich laufen. Also es kam so eine weiße Überschrift. Ähm. Irgendwas ist stabil. Luft und Druck und so. Oha. Ha! Jetzt soll der Aufzug ja wieder. Jetzt hab ich Angst, zurückzugehen. Ja, wie bereits gesagt, ich warte zum Pellersicherjogen für mich. Okay, ich hab doch mal gesagt, ich nenne die Pen. Ja! Verdammt! Alter! Ich hab vielleicht Nerven. was? Will Smith, Sir William Smith, war markiert worden auf Facebook, auf einem Bild. Das gefiel ihm nicht. Deshalb. Butter. Ja, logisch. Ja, logisch. Pfff. Blöden Wichser. Wisst ihr was? Ich fahr jetzt Aufzug mit den Kuhn. hab ich aufgerichtet. Hä? Wer ist der Beste? Wer ist der Beste? Wer ist dieses Rätsel? Ähm. 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 Ich muss mich gar nicht so angucken, ich mach das, ich mach das. Das ist die Wahrung. Weil ich's kann. Und die muss ich auf. Und... Oh, Mann, ey. Ja, hab ich jetzt gedacht. Der Kaugubi-Palast und ich hänge fest. Oh, nein. Und ich bin wieder mal K.O. Danke. Ist das das Schlaß, in dem ich bin? Sieht scheiße aus. Nein. Oh, Mann, ey. Oh, Mann, ey. Ja. Warte, der muss zuerst so komisch aufstehen, sah. Warte. Warte. Ey, ey. Entschuldigung, ich hätte dich erwähnt. Eine meiner Verantwortung als Königin ist, dass eine von einem Präsenzverband. Das ist, wo Kräuter auf den K.O. Wie ein Dungeon? Sehr gut. Komm, nicht nicht überwarten. Nicht überwarten. Ich seh nichts. Mann. Ihr habt ein Kackzeug hier. Räumt mal auf. Ich bin der Vollidiot, der in diesem Schloss abhängt. Und nichts Besseres zu tun hat. Ah, ein Kerker. Guck mal, wie stark ich bin. Das soll, glaube ich, reichen. Ah, das ist voll. Ich geht. Oh, oh. Das wäre ich gar nicht gern. The fuck? Wo muss ich überhaupt durch? Hier? Ey, Bitch. Jetzt muss das Salomaso zimmer sein. Ja. Zünderbüchse. Ah, das ist die Tür. Und noch eine. Zünder. Wie ist der Mann auf der Gerät? Ich weiß gar nicht. Ich mag das Spiel nicht. Ziel zu Hardcore. Alter, bin ich jetzt gerade ein bisschen erschrocken mit diesem Fenster, das da so vorspickt. So. Alter. Du siehst mich gar nicht. Dieser Wichser. Was guckst du mich so blöd an? Alter. Du darfst nicht aufgeben. Ich gebe auf. Tap out. Blöder. Ich wusste genau, ich habe genau gewusst. Nicht nur den falschen Weg. Ach. Ich habe es genau gewusst. Was steht denn hier überhaupt? Zellenbereich 1. Na toll. Also, da oben kommt er. So. Dann darf ich hier mal frisch, fröhlich durch. Wenn ich das darf. Es ist abgeschlossen. Das Schloss ist jedoch korrodiert und weist eine. Das heißt. Ich habe Angst, dass der mir jetzt den Moment entgegenspickt. Aber so sehe ich nichts. Das heißt wiederum. Wir laufen hier zu zweit herum. Er und ich. Hand in Hand. Übers Land. Hallo? Ah, schön. Ja, jetzt nimm den Dreck. Ich schleiche mal. So komme ich mir so winzig vor. Unschuldig. Das ist... Ah. Vielleicht läuft es jetzt andersrum. Er kommt die Treppe hoch und jetzt komme ich in die Ecke und verfolge ihn. Ah, das wäre es noch, oder? Ah. Nee, das wäre es nicht. Verdammt nochmal. Also, es ist das Schloss, das korrigierbar ist. Ich darf nicht... Ich darf extra so am Boden bleiben. Ein Hebel. Ja. Nö. Weißlich. Weißlich. I don't know. Hab ich nicht den Handmann? Das macht nach niemand. Dann muss es ja wichtig sein. Das ist kein Ort für eine junge Mädchen, oder sich selbst. Sie könnte sich verhörten, oder besser. Ich weiß, es ist ein Hammer. Yay. Was Horrors erwarten da unten? War ich hier drin schon? Sie bellte die Fäuste, beschützte ihren... mit Salbei, gefüllten Beutel an und betete. Die Männer forderten sie auf, das Kutsche zu steigen und zwang sie durch das Schloss-Tor zu gehen. Und mein Deutsch ist so richtig gut. Sie bekam einen Duden. Tück, 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 tück. Da kommt jemand. Scheiße, das heißt, dass bei mir jemand kommt. Wenn ich sein Bett berühre. Ah. Das kann ich sehr verschieben. Ha. Wer ist der Mann? Im Hause. Noss, Bluch, bist du blöd? Hört auf zu schreien. Ich geh da jetzt. Das Loch ist so schmal. Ah. Das haben wir am Meisel. Meisel. Hier war ich. Hier war ich. Noch nicht drinnen. Verdammt, meine Laterne geht jetzt dann aus. Wie viele Zünderbüchsen habe ich? Vier. Äh. 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 Sagt der noch aus? Was ist denn hier? Oh mein Gott! Was ist denn das? Da griffst er. Hä? Das war ein anderer. Na toll, es gibt noch mehr von denen. Und sie kommen in verschiedenen Variationen. Zwei, verdammte Penner. Ein Robust ist vorhin geschlossen. In einem Zustand. Für das habe ich ein Meißel. Das bringt nichts. Natürlich nicht. Ich meine. Ja, stocken wir mal weiter. Bin ich hier schon? Ja, hier war ich schon. Verdammt, ich komme nicht mehr zurück. Ah. What the fuck? Ah, shit. Ich denke mal, das reicht für heute. Bevor ich hier noch psychische Schäden bekomme. Nein. Aber, ich muss. Ja, was muss ich denn? Ach ja, scheiße, ich muss was anderes aufnehmen. Fuck. Ja, auf jeden Fall. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Wenn es heißt, Amnisha, der der Drog, die sind. Scheiß dir in die Hose, bevor du das erreichen kannst. Bis dann. Ciao. Amnisha. Das war's für heute.